Ich bin alles anders einverstanden mit dem, was Said da durchgezogen hat, aber sobald wir drin waren, mussten wir es eigentlich zu Ende führen. Video war auch zu gefährlich, um ihn entkommen zu lassen. Team. Scientists, all different types. Bloodpack mercenaries, captured former team member. Malan, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malan would be a personal favor to me. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciated. My assistant, my student, want to see him. Safe. Malan last seen outside Earthnot territory. Scouts might have seen Bloodpack. Talk to them or clan chief. Ah, da werden wir auch noch zu Tuchanka fliegen, also nach Tuchanka fliegen müssen. Ähm, was haben wir denn alles bekommen? Biotischer Schaden, ja. Medigil. Ja. Nehme ich alles. Das hier, Schrotflente. Ähm, Prototyp. Was haben wir denn hier noch? Pass auf. Nicht das hier umskillen wollen würde. Ich kann mir das nicht ansehen, ne? Ja. Ja, sei still. Das ist alles für jetzt. Ich logge dich, Shepard. Commander. Ich glaube, alles geht hier gut. Halt genug. Ich... Was? Trouble? Nein, es ist nichts. Ich... Sonne of a... Very funny, Edie. Real original. Stopp'n! You did insist on manual control, Mr. Moreau. That's it for now. See you, Commander. Ja. Weiter im Text. Außer wir müssen noch irgendwo hin. Caddy? Offenbar nicht. Offenbar nicht. Offenbar nicht. Wo wir gerade hier sind, können wir nochmal ein bisschen scannen. Aber schon mal nicht hier. Und auch nicht hier. Man, als ob es hier keine Rohstoffe gibt. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. 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 Probe-launched. Probe-launched. Launching probe. Probe-launched. 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 Können wir nicht bei der Gelegenheit noch Drohne, hier nicht Drohne, Sonden holen? Ähm... Bei erst hier einmal auf die andere Seite der Galaxie. Die Seite der Galaxie. Die Seite der Galaxie. Die Seite der Galaxie. Die Seite der Galaxie. Oder die Vegetation würde es in ein paar Stunden überwinden. Shepard, ich schreibe auf Thermal-Signaturen überall. Außer in deiner Lendenzone. Sieht die Sensoren. Das war eine sehreste Severus-Fazilie. Ja. Sie bauen ihre Werkzeuge, um zu verlassen. Arschlösen. Es war ein Fehler, hier zurück zu kommen, Shepard. Beruhigen sie sich. Ich bin gut. Okay, los geht's auf den Boden. Los geht's in da und die Bombe in mir selbst plant. Ich will, dass dieses Ort hier verbreiten wird. Moment. Sieht von außen schon mal besser aus als von innen. Ich bin damit aufgelenkt. Ich weiß es nicht, dass das Leinharen angetrennt. Ich kann das Leinharen nicht. Ich versuchze. Ich muss nachdenken. Ich hab die Bindern阿flin ab. Ich bin über das Leinharen weg. Nur beprueh? Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Es geht's mit ein paar Beispiele. Wörter, wenn ich mich euch hinter mir schули. Ich bin wirklich für eine Sunde. Die Elusive Man hat eine Operation Logs wieder gefragt. Er fühlt sich aus. Wenn wir die Ergebnisse haben, er wird nicht egal, was wir gemacht haben. Aber wenn er weiß... Er wird nicht herausfinden. Die Elusive Man hat eine Operation Logs wieder gefragt. Du würdest das denken, nicht wahr? Er hat nicht gesagt, was sie von der Elusive Man entdeckt. Ich erinnere mich vor, dass ich hier rausgekommen bin. Ich habe die Sonne gesehen. Ich habe die Sonne gesehen. Ich habe die Sonne gesehen. Ich habe nur ein half-dead guard zwischen mir und Freiheit. Er hat seine Leben gebeten. Wir hier rauf. Nein. So ist in meinen, das geht. Aber... Habt ihr das gehört? Wer ist denn Next aktiv? Das sind nicht mehr Mechs. Das ist kein gehört. Das wird gar nicht. Das sehen wir am currencies. Das sind nichts. Das sind die Gene. Warte zu mir. Das ist die Linke. Sie das mich gegen andere Kinder haben. Ich liebte es. Das war's. Die erste Zeit. Ich war's. Was sind die Studie? Sie sind das im Gurken? Ich weiß, das sind die Spurs. Ich wusste gar nicht, was hier passiert ist. Wie oft haben sie das gemacht? Ich war in einer Celle meine ganze Leben. Manchmal hat sie mich aus und machte mich fighten. Füllte mich mit Drogen, andere Sachen. Zeit ist lustig in einer Celle. Wird andere Kinder sterben in diesen Fällen? Ich war ein Kind, mit Drogen. Ich habe mich schockiert, als ich wunderte. Narcotics verletzten meine Beine, als ich mich attackierte. Sie haben in Wahrheit verletzten dich für attacken? Ich habe immer warm feelings, während einer Kampf. Los geht's weiter. Los geht's weiter. Hell, ja. Der Beine ist nicht so gut. Aber zu verletzten sind aus dem Bereich, hier. Die Fälle sind aus der Säbeln, sie aus der Herzenutoche. Die Zerl Cretsche sind aus der Herzen. Sie riefen die Safee. Die Zerl. Ich brauche Reise, die Zerl. Ich behebe, die Verlustkröme. All die Zerl. All die Zerl. Die Zerl. Jäk. Entfüße. Ich beginne zu... Das ist nicht richtig. Ich habe mich verletzt, als meine Schäuern geschehen. Ich habe die Reaktion angefangen. Wir werden keine Antwort finden. Genau. Der Ort sollte sich verletzt werden. Wer hat diesen Verren gebetet? Das ist ein freshes Gebet. Wer sind die denn? Ach Gott, wer sind die denn? Das wird nicht verletzt werden. Aha! Was denn noch mehr? Da sind noch mehr... Take... You... Oh! Hier geht's! You're gonna die! Help me! Why'd they need a morgue? This was a small facility. A lot of children died here. Even then, they were part of the experiment. Bullshit. I had the worst of it, and I made it out alive. Okay, wenn da das Ziel ist, machen wir die Tür noch auf. I'm pissed off. I'm a dangerous bitch. But then I'm a little girl again. Shit. It's complicated. Let's just go plant that bomb. Also doch nicht hier. Also könnte ich das Spiel mal entscheiden, wo das Ziel ist. Damit ich weiß, wo... Äh... Also, wo ich zuerst angehen muss. Watch out! Ja! Das ist ein zwei-Way-Mirror. Macella ist auf der anderen Seite. Ich kann alle anderen Kinder hier sehen. Ich habe sie vor einigen Stunden gegründet. Und sie hat mich immer immer gegründet. Ich habe sie mit mir gehört. Ich habe sie mit mir gehört. Aber ich habe sie nicht. Das ist ein schlechtes Ort. Entry 1054, Teltan Facility. Die letzte Iteration von Purgnam ging schlecht. Subjekte 1, 4 und 6 sterben. Keine Biotik-Ansage zwischen den Survivoren. Wir haben die Temperaturen der Biotik-Ansage geschlossen. Aber keine Biotik-Ansage von Reaktionen gab. Als ein Einfluss, alle Subjekte sterben. Also, wir werden das nicht versuchen, auf Zero. Ich hoffe, dass unsere Biotik-Ansage von Biotik-Ansage geschlossen wird. Wir gehen durch sie schnell. Das ist schweig. Sie waren nicht mit den anderen Kindern, um meine Sicherheit zu machen. Das ganze Ort wurde gebaut, um dich zu machen, was du bist. Du verstehst nicht, Shepard. Ich habe diese Ort durchgeführt, denn ich war schwerer als die anderen. Das ist das, ich bin. Wenn es keine Antworten gibt, dann sind sie weiter. Danke. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass sie es nie im Griff hat. Ich kann es nicht tun. 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 Fünfen muss ich toch? Es sind die Zeröge in deltieren. Wir wollen die Zeröge in dem Aeckung. Wir haben die Zeröge in diesem Fall genommen. Sie war noch ein Kind. So, aber erstmal trinke ich mal grad was. Das Problem ist nämlich, es ist scheiße warm. Und wenn ich streame, habe ich kein Fenster offen. Du kannst es ja gerne versuchen. Jetzt einfach mal gut. Ein Beispiel. Ich werde das zufassen. Ich werde das zufassen. Und dann vielleicht diese Musik zu nutzen. Ich werde das zufassen. Ich werde das zufassen. Ich werde dich alle columns schlagen. Nimm dich einfach mal raus. Das war's. Das hältst du nicht so gut aus.